Der VfB Stuttgart hat einen neuen Trainer. Taifun Korkut übernimmt bis Sommer 2019 das Ruder bei den Schwaben und folgt auf Aufstiegscoach Hannes Wolf. Korkut war in der Bundesliga bereits für Bayer Leverkusen und Hannover 96 tätig. Auch im Schwabenland ist Korkut kein Unbekannter. 2011 trainierte der 43-Jährige die U9 des VfB. Nun soll er also die erste Mannschaft vor dem Abstieg bewahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017